In der Schwäche liegt die Kraft. Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Einleitend ein paar Worte meinerseits zu diesem Thema. Wenn ich erkältet bin, was wirklich nur ganz, ganz selten vorkommt, wird mir immer wieder bewusst, in welch besonderer Demut ich wandle, wenn es mir auf einmal nicht mehr so gut geht. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der während einer Phase der körperlichen, fleischlichen Schwäche eine stärkere geistliche Bindung hat. Warum ist das so? Nun, vielleicht, weil das Fleisch gerade leidet? Gut so. So heißt es in 1. Korinther 9, Vers 27, sondern ich zerschlage meinen Leib und mache ihn mir dienstbar. So sage ich, in der Zeit der Schwäche ist man geistlich oft am stärksten. Geordneter und allgemein ruhiger. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Kampf, Fleisch gegen Geist. So bin ich der Überzeugung, dass vor allem dann, wenn unser Fleisch angeschlagen ist, die geistliche Stärke doch noch mal besser zum Vorschein bzw. zum Ausdruck kommt. So heißt es auch in 2. Korinther 12, Vers 9, Doch er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist für dich genügend, denn meine Kraft gelangt in der Schwachheit zur Vollendung. Daher will ich mich am liebsten umso mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi Wohnung bei mir nimmt. Darum bin ich freudigen Muts in Schwachheiten, bei Misshandlungen, in Notlagen, in Verfolgungen und Bedrängnissen, die ich um Christi willen erleide. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Krankheit an sich oder Bedrängnis, Verfolgung, hat im geistlichen Sinne einen wichtigen Sinn und Zweck, unter anderem Züchtigung und Prüfung. Man stelle sich aber vorab vielleicht noch die berechtigte Frage, Wann sucht denn der Mensch nach Gott? Wenn es dem Menschen gut geht, er in Saus und Braus lebt oder wenn es ihm schlecht geht? Ja, diese Fragen nutze ich mit unter anderem bei der Evangelisation und bei dieser Frage sind sich tatsächlich die meisten Menschen einig. Nur wenn der Mensch der Prüfung ausgesetzt ist, wird er sich bekehren. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die meisten Menschen sind einfach zu stark in dieser Welt gewurzelt, sodass sie gar nicht erkennen, dass die Welt nicht das ist, was sie vorgibt zu sein. Der kleinste Teil der Menschen, der wohlgemerkt gläubigen Menschen, folgt Jesus mit ungeteiltem Herzen nach, ohne ständig ermahnt oder geprüft zu werden. Der Apostel Paulus hatte auch beständig die Sorge, dass die Gläubigen sich in den verschiedenen Gemeinden vom geistlichen Gut abwenden könnten, weil die Ablenkungen der Welt so zahlreich sind. So gilt es auch für uns, den Ernst hinter dem Wandel im Geiste zu begreifen, damit eben nicht die Route der Züchtigung in vollem Maß zum Einsatz kommen muss. So heißt es in Hebräer Kapitel 12 Vers 5 Und hab die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft oder zurechtgewiesen wirst. Das Thema mit der Gesundheit Ich wünsche dir Gesundheit oder bleib gesund. Ist das in der heutigen Zeit das Wichtigste? Gesundheit? Fleischliche Unversehrtheit? Dass der ungläubige Mensch weiterhin in seiner Weltblase lebt und er die Dinge jener Zeit mit Genuss weiter frönen kann? Versteht mich bloß nicht falsch, ich wünsche niemanden Krankheit, aber meistens ist es eben so, dass der Mensch nur in einem Zustand der fleischlichen Schwachheit sich zur Umkehr bewegen kann. An dieser Stelle möchte ich nun die Heilige Schrift in seiner Gänze mit einbeziehen. Denn ein gutes Beispiel in Bezug auf Krankheit findet sich an vielen Stellen im Alten Testament, unter anderem auch in 2. Könige, Kapitel 20, Verse 1 bis 7, wo es heißt, Als Hiskia in jenen Tagen auf den Tod erkrankte, begab sich der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und sagte zu ihm, So hatte Herr gesprochen, bestelle dein Haus, denn du musst sterben und wirst nicht wieder gesund werden. Da kehrte er sein Gesicht gegen die Wand hin und betete zum Herrn. Ach, Herr, denke doch daran, wie ich in Treue und mit ungeteiltem Herzen vor deinem Angesicht gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Hierauf brach Hiskia ein heftiges Weinen aus. Als nun Jesaja den inneren Vorhof des Palastes noch nicht verlassen hatte, da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen. Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, So hatte Herr, der Gott deines Ahnherrn David, gesprochen. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen, so will ich dich denn wieder gesund werden lassen. Schon übermorgen sollst du zum Tempel des Herrn hinaufgehen. Ich will dann zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. Dazu will ich dich und diese Stadt aus der Gewalt des Königs von Assyrien erretten und diese Stadt beschirmen um meinet Willen und um meines Knechtes David Willen. Darauf sagte Jesaja, Bringt ein Feigenpflaster her. Da holten sie ein solches und legten es auf das Geschwür. Da wurde er gesund. Ja, wir sehen an diesen Versen wunderbar, dass Erniedrigung Stärke bewirkt. Nicht von uns, sondern Gott ist es, der uns in unserer Drangsal erhöhen wird, solange wir gewillt sind, nach ihm zu suchen. Ja, wenn wir mit ungeteiltem Herzen ihm anhängen. Okay? Krankheit sorgt für Umdenken. Da wird die heile Welt auf einmal schnurstracks niedergerissen. So heißt es auch in 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die Betrübnis, wie Gott sie haben will, wirkt eine Reue zum Heil, die niemand später zu bereuen hat. Die Betrübnis der Welt dagegen wirkt den Tod. Weitere Beispiele, die zum Nachdenken anregen sollten. Ja, Gott, unser Vater im Himmel, hat die Macht zu entscheiden. Heil oder Unheil. Wer braucht Züchtigung und wer nicht? Nicht nur König Hiskia bekam die Chance auf Heilung, sondern auch König Asa. Doch er wandte sich nicht an den Herrn. So heißt es in 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 12. Im 39. Jahre seiner Regierung erkrankte Asa an einem Fußleiden. Und zwar in sehr ernster Weise. Aber auch in dieser seiner Krankheit suchte er nicht beim Herrn Hilfe, sondern bei den Ärzten. Okay, und was ist die Konsequenz, wenn man als Mensch sein Leben in die Hände anderer Menschen anvertraut? Die Antwort findet sich in Jeremia, Kapitel 17, Vers 5. So hat der Herr gesprochen. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz sich vom Herrn abkehrt. Ja, Fluch ist die logische Konsequenz. Auch nachfolgend bei König Joram zu sehen. Dort war die Krankheit die Folge seines Ungehorsams. So heißt es in 2. Chronik, 21, Vers 14-15. Siehe, so wird der Herr eine schwere Heimsuchung über dein Volk und deine Söhne, über deine Frauen und deinen gesamten Besitz bringen. Du selbst aber wirst in eine qualvolle Krankheit verfallen, durch Erkrankung deiner Eingeweide, bis nach Jahr und Tag deine Eingeweide infolge der Krankheit, heraustreten werden. Und ein weiteres sehr bekanntes Vorbild gibt uns Hiob. Hiob, der die Krankheit als Prüfung aufgelastet bekam, um seinen Wandel im Glauben zu bestätigen. So heißt es auch in Jakobus 5,11. Ja, der Grund für Krankheit im Leben eines Menschen kann vielseitig sein. Für die einen zur Prüfung bzw. zur Züchtigung oder eben als Folge bzw. Strafe des stetigen Ungehorsams. Auch das Neue Testament gibt wichtige Eindrücke. Mir würde da sofort der Dieb am Kreuz neben unseren Herrn Jesus Christus einfallen. Der eine Dieb, der unbusfertig blieb, und der andere, der in seiner fleischlichen Drangsaal noch den richtigen Weg fand. Ja, sei es Krankheit zur Verherrlichung Gottes, damit der Mensch umkehrt, oder ein schlimmer Unfall oder gar eine schmerzliche Trennung von einem geliebten Menschen. So gibt es verschiedene Gründe, die den Menschen dazu antreiben können, Buße zu tun, um eine gottgewollte Gesinnungsänderung hervorzurufen. Denkt an die Israeliten. Auch jene Menschen waren erst in ihrer fleischlichen Drangsaal imstande umzukehren. Was im neuen Bund durch den Geist für jeden Menschen, der aus Glauben lebt, ermöglicht wurde. So ist es für die kommende Zeit ein wahrer Segen, wenn unser Vater im Himmel das Gericht in dieser Welt einsetzen lässt. Warum? Damit noch der ein oder andere die Chance bekommt, umzukehren. Viele Menschen, unter anderem auch Christen, die jetzt lau leben, brauchen diese Route, um wieder zurück auf den richtigen Weg zu kommen, wenn jene Menschen überhaupt auf dem richtigen Weg waren. Denn falsche Gottesbilder versperren die Sicht zur Wahrheit. Denkt daran, wir leben beständig in einem Krieg, ein Krieg, der geistlicher Natur ist. Züchtige dein Fleisch mit dem Wort Gottes, damit es nicht die Oberhand gewinnt. So möchte ich abschließend vorlesen aus Römer, Kapitel 13, Vers 14, wo es heißt, Nein, zieht den Herrn Jesus Christus an und seid dem Fleisch nicht so zu Diensten, dass böse Begierden dadurch erregt werden. Ja, und das war es auch schon wieder mit diesem kurzen Video. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video wieder etwas Erkenntnis dazu schenken, beziehungsweise eure Erkenntnis erweitern und wünsche euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Wie immer gilt, prüft alles, behaltet das Gute und nährt euch vom Wort. Laut Matthäus 4,4 und so Gott will, bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao. Ciao.